recht herzlich willkommen zur 186 folge von towns ja wir haben letztes mal hier im obergeschoss geguckt wie die da die wände bauen das ist auch noch zugange war ja nicht so ganz klar was hier sache ist und ja irgendwo sind die mauern aber welche jetzt hoch ist und welche niedrig ist weiß keiner also da ja jetzt kann man es ja sehen die generoren runter dann sieht man ja ganz klar wo schon eine mauer ist und wo nicht so jetzt ist das geklärt das sind mauern und der ist da falsch oder der ist mitten im raum anlock denke ich mal da kann man ja nicht richtig sein gut empfiehlt hier im treppenhaus auf jeden fall noch können wir noch schnell welche hinbauen dann würde ich sagen hier noch lang machen wir mal bis da erst und man muss da noch was hin ist die frage oder kann das treppenhaus auch offen bleiben schwierige frage oder geht er jetzt woanders hingesetzt passt oder hier sitzt nicht unbedingt von nöten dass man da was im wort hier fehlen ja irgendwie noch oder komisch naja aber ist so so dann passt das da auch dann haben die ordentlich zu tun ja das soll das richtig da auch passt soweit auch hier oben sind auch schon ein paar steine drauf okay gut ach so das wahrscheinlich hier der stein da weitergezogen gewesen und ich komme dahinter deswegen passte da was ist nicht gut ausgewählt ja haben wir noch das bedeutet da kann das definitiv hin und dort definitiv auch und da ist ja auch schon fertig also die mauer auch so dann nicht schon mal genug zu tun gehen wir mal runter gucken erst mal hier noch im essen liegt nicht so ganz so viel rum ein bisschen rot fehlt mir ist da aber es muss irgendwo drüber sein okay der kuchen war da einer äpfel bieren sind da muss den kuchen nach der abrufen ne bieren oben apple pie war es nicht gut haben wir auf jeden fall da liegt jetzt auch im brot das sieht dann ja ganz gut aus ach so hier hat man auch was mit der mauer vorne und die ist ja auch schon ziemlich weit fortgeschritten dass wir nur gucken was wir hier mit dem zeug machen da müssen wir definitiv antil hummus und grass machen und da auch da auch weil da soll ja unsere mauer hin das kann ja ruhig außen bleiben das ist ja nicht schlimm gut dann gucken wir mal nach unten 1 2 höher gucken wir erstmal was unser friedhof macht da ist noch alles schillig nicht dass da irgendwas passiert nachher ja hier könnte man natürlich licht machen überall so ein bisschen noch aber naja lassen wir erstmal so ja dafür zum beispiel auch eine kerze deko kerze haben wir nicht vom händler letzt mal welche bestellt ich glaube ja auch da lachen stone deswegen kann das nicht gehen oder mehr könnte doch gehen der stone ist ja auch hier angezeigt wenn man da ist ach guck schon da wunderbar läuft man so hinten haben alles ausgeleuchtet ok nicht ganz aber lassen wir erstmal so in der reihe fällt da irgendwo auch noch eine kerze ne eben nicht die shift taste gedrückt 1 2 3 kerze haben wir da auch lichtlein das so aufgehen lassen können und hier muss der stein weg ne und da muss auch eine kerze hin so 3 1 2 3 da muss da auch noch eine hin fast 3 1 2 3 dann muss da wohl auch eine hin leuchten wir noch ein bisschen haus 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 ja hier die steine müssen dann weg dann geht das auch mit dem ding ins ne ja da müssten wir hier noch was weg zaubern da muss ja wahrscheinlich nur der stein weg ne und da muss da in die nische die kerze wenn es denn so ist ok hier hinten wird das schon schön weg gemacht das bedeutet da kann auch gleichzeitig eine kerze hin aber wie wir sehen doppelt angezeigt bedeutet da liegt ein stein deswegen geht es nicht ok ich hoffe die ist jetzt richtig hingekommen da 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 und da wenn wir schon dabei sind dann kommt da oben auch noch eine hin so dann haben wir die ausleuchtung da auch ja und da müssten wir noch was wegnehmen damit da die kerze hin passt und hier ist natürlich das problem auch gegeben ja machen wir das oder machen wir das nicht ist die frage ne ach das ist da hier müsste irgendwo noch eine hin 1 2 3 das bedeutet da muss die kerze hin da wenn das dann die richtige stelle ist ist die nächste frage ne 1 2 3 der stein muss weg und da kommt dann die kerze hin so sollte passen ne ja gut haben wir ein paar kerzen mehr da unten da ist wasser reingekommen das waren wir aber nicht mal nicht wir hier so 1 2 3 1 2 3 kerze oder 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kerze hier geht noch was mit kerzen kerze 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 hier mal kerze ist er so richtig ja da müsste was weg damit eine kerze hin können lassen wir jetzt so ja hier 1 2 3 1 2 3 kerze hier aber 2 er musste ja hier stehen kerze oder 3 1 2 3 kerze geht da auch hin ja die machen jetzt tatsächlich welche hin das ist doch schon mal schön ne ja hier könnte man wahrscheinlich dann auch noch eine 3 da hinstellen läuft das lass mal so erstmal weitermachen sollte funktionieren vielleicht gibt da kein wasser hin bevor die dann eine kerze hingestellt haben das wäre noch schön ne aber wer weiß ob da einer kommt und die da hin baut das die nächste frage gut dann gucken wir mal nach unten wo die da das land entdeckt und das land die höhlen entdecken hier muss das sein ist das so da ist auf jeden fall aufgeräumt ja hier ist bestimmt noch mehr zu entdecken aber ich glaube letztes mal haben wir gar nicht hier unten gemacht das war woanders ne ich glaube dass wir weiter höher wo wir geguckt haben ne lasst uns mal diese sache hier mal checken hier könnte ja noch was sein oder dann würde ich mal sagen mach mal da weg und auch da weg glaube in den anderen ecken müssen wir jetzt nicht unbedingt gucken hier wäre noch relativ groß erstmal da rein bohren hier ist mir zu viel wasser drüber ja das ist geklärt ob hier jetzt noch was ist ist die frage lass die mal so die ecke rein machen ja der rest geht ne kann man dann irgendwann mal machen ja die kerzen kommen läuft oder so gehen wir eine etage tiefer mal überlegen ja hier war das auch nicht weil das waren nicht solche räume sondern das war wirklich höhlenartig ne auch die nicht hier war das wahrscheinlich hier könnte das sein dass die erst entdeckt haben oder ja komm zack 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 und hier kann man weiter rein bohren da mal so hier würde ich mal nur den durchbruch machen obwohl ich nicht glaube dass die abkürzung da lohnt ne aber hier war das auch nicht mit dem entdecken oder sind die doch tatsächlich schon fertig nein das war mehr hier geht auch noch was aber dick nicht shift taste gedrückt gut hier war das auch nicht hier war das auch nicht war das hier ne hier ist noch keine treppe runter ne also kann das nicht hier gewesen sein dann wahrscheinlich wirklich hier gewesen ne naja gut hier war schon beerdigung gemacht wusste ich gar nicht ja muss man mal gucken dass man woanders auch noch weiter macht dann ne gut ok ja haben wir es erstmal da ne was macht unser haus ach so die mauer wollten wir eigentlich angeguckt haben das haben wir gar nicht gemacht bis jetzt ne da ist ein anderer gestorben drauf ist die frage ob die dann überall hoch genug ist ne das muss man natürlich mal gucken so hier haben wir schon weiter gebaut aber hier ist nichts passiert Telegras 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 jetzt macht das tatsächlich einer ne und da auch nochmal haubert street machen wir erstmal das das auch vielleicht geht das dann mal irgendwann haubert 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 katholik heetling das müssen wir wieder rückgängig dann machen passiert da was ja aber mit einer graslandschaft raus der übernachtet da jetzt oder wie ist das dann machen wir auch raus und wenn das raus ist dann können wir da gleich die mauer bauen so so hier die auch weg da müssen wir das da auch noch machen gerade dann machen wir da den mauerversatz hier gras machen da geht auch raus und dann kann man mal bauen jetzt hat er das da eingelegt super oder da wo wir einen stein hinsetzen wollten da macht er so ein shit ein mann 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 ich hoffe dann nimmt das klar einer weg ok die mauer ist tatsächlich schon fertig und da ist nichts passiert da muss gras hin und da auch und dann müssen wir da wieder steine draufsetzen ich mache es immer alle drei weil da kommt ja sowieso gleich hin so lange wird er da oben nicht sein wenn wir das gebaut haben ja wird bestimmt gleich klappen kann sich ja nur um stunden handeln ok da kommt einer und baut das um ganz krass das geht auch so jetzt mal die frage stellen ob dahinter ist wohl möglich da kommt der zweite ok dann können wir das da auch machen so da kommt auch noch mauer ein sieht gut aus oder sollten die hinkriegen da kommen noch ein paar steine mehr dann klappt es auch zack und läuft ja aber ich sehe schon die zeit ist wieder fortgeschritten dann würde ich sagen machen wir erst wieder eine pause ich bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis dann tschüss ich freue mich was ich ich ich